Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Farming Simulator 22. Wie ihr seht, wir sind mit den Wänden unterwegs und wenden unser Gras zu Heu, was wir letztens gemäht haben im Video. Die ersten drei Felder habe ich schon fertig und jetzt sind wir beim vierten und letzten. Das Ganze machen wir mit unserem Waltrault und einem Pöttigerwender. Das Ganze machen wir mit dem Video. 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 Vielen Dank. 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 Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Tschüss.